Ich würde gerne mit Mami und Papi ein paar Bleustierchen geben. Meine kleinen Brüder. Mein Papi und meine Mami. Da hat es mehrere Zimmer und nur eins. Das Bett war sehr bequem. Natürlich Fernsehen. Es hatte so einen Stegen, der gerollt hat. Es ging gut. Es sah eigentlich so aus wie eine Burg. Mami und Papi wollen nicht immer alles kochen. Jeden Morgen hat es ein riesiges, grosses Buffet. Das konnten wir einfach leben, was wir wollen. Es brummt mit Schock, die Brüder sind.